Hey Leute, was ist das für euch? Und willkommen hier zum nächsten Päckchen mit einem Bundesliga-Orakel hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Spitzenpartie an diesem Wochenende. 18.30 empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln. Das Ganze werden wir schön mit 4 Päckchen orakeln. Ich hab Bock drauf. Und ich glaube am Ende des Tages werden die Gladbacher 3 Punkte mehr auf dem Konto haben. Das ist meine Vermutung. Was denkt ihr? Werden die Kölner gewinnen? Werden die Kölner an der guten Leistung von der letzten Woche anknüpfen? Oder werden sie hier heute Punkte liegen lassen? Eure Meinung, eure Tipps? Und rein in die Kommentare. Und wir legen los! Abfahrt! Ich bin heiß. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf diese Partie. Ich werde mir natürlich die schöne Konferenz angucken. Ich werde mir schön diese Partie angucken. Heute oder an diesem Samstag gucke ich mir wieder alles an. Weil, ähm, also Konferenz und die natürlich 38 Partie. Ja, da hat er gestern schon gespielt. Zagadou, Robin Knoche, Fröde, Nia KT und Didavi Matchwinner von den Stuttgartern. Dann, erstes Pack, keine Tore. Benjamin Henrichs, Bastian Otschübka, Jabo, Früchtl und André Silva. Und somit steht es nach 45 Spielminuten 0 zu 0. Ich denke mal, die Kölner werden das unterschreiben, weil für Köln ist natürlich auch ein Punkt sehr, sehr wichtig in der aktuellen Konstellation. Ähm, mal gucken. Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit startet mit... Bam! Startet mit dem guten Kerem Demirbay. Kevin Trapp, Leonardo Bittengurt, Armin Hino und das FC Bayern München Logo. Na, 0. Keine Tore heute? Keine Tore heute? Oder doch nochmal ganz, ganz spät in der Partie? Ja, aber Jan Sommer macht kein Tor. Jan Sommer macht kein Tor. Hitler stark. Auch Timo Horn macht kein Tor und das war's. Also zweimal die Torhüterkarten gezogen. Selbst wenn ich beide als Tord gelten lassen würde, würde es trotzdem unentschieden stehen. 1-1. Also alles... Ja, beim Alten. 0-0. 0 zu 0. Punkteteilung. Ich glaube, die Kölner wären damit zufrieden. Die Gladbacher definitiv nicht. Das soll's gewesen sein mit der Spitzenpartie. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Lasst gerne ein Like, dann lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und bis zum Kopfschreiben! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.